Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Minecraft Hero, die euch von Dead Cheap Das ist Giant Sword, wird der GDP jetzt sagen. Du, hau ab! Ah ja, dann kriege ich gar keinen Schaden, das ist ja awesome. Ist mir vorher irgendwie gar nicht aufgefallen, ich hole Birne. So, du musst auch noch sterben. Okay. Ach, das ist ein Turm, der runter geht und ich glaube, hier meinte der Peter, gibt es auch gerne mal Hexical Essence. Was? Haut ab, ehrlich. Ich muss euch warnen. Erstmal gehe ich nach oben und kill die alle hier. Boah. So, jetzt sind die beiden Kackspinnenspawner weg, ey. Ich hör den doch hier laufen irgendwo, den Zombie. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Wo? Dann gehe ich jetzt in die Etage tiefer. Oh! Alter! Ihr Wichser! Ihr... Ihr gammeligen Penner, ey. Das ist echt unglaublich. Unfucking fassbar. Wie die einen hier anfallen auch schon wieder. Hau ab! Okay, erst du. Wo ist die Spinne hin? Da! Hat eine Sau, ey. Gibt es nicht. Hier sind noch zwei. Nein! Boah. So, du musst jetzt gehen. Okay, 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 okay. So, was nehmen wir denn nochmal mit? Enderpearls. Jetzt finde ich aber echt viele, ey. Boah, hört das vergiftet sein doch nochmal auf. Steckt das? Frage ich mich manchmal. So, du bist tot. Hier kann ich die ja ganz gut merken. Boah. Ey, die sind aber auch ein paar flinke Biester hier, ne? Das ist unfucking fassbar. Die sind noch mehr von den Schweinen, ey. Oh, oh. Oh, nicht da runterfallen jetzt. Boah, ey, die Spydition geht weiter. Das ist echt heftig. So, dich habe ich ja erfolgreich abgewehrt, ey. So, ist jetzt noch eine, die auf Fresse will? Von wo kam jetzt... Oh, boah. So ja nicht. Nicht mit mir, ja. So, und jetzt werde ich mal eben kurz gucken, ob ich irgendwelche Blöcke habe. Hier habe ich ja nur so ein bisschen Scheiße. Zuck, zuck. Wann ist denn, wenn ich hier noch rein schlage? Ah, gut. Okay, da kommt nichts. So, weil ich habe jetzt nämlich keinen Bock hier. Ey, weiße. Was willst du? Verpiss dich. Ey, ich will ja mich hier töten einfach. Weil ich will jetzt hier in Ruhe in eine Kiste rumgucken. So. Blaze Rods. Und ich wollte den Rucksack vollpacken. Das war es nämlich, was ich machen wollte. Ungestört. Und ich höre da schon wieder irgendwas. Living Metal Helmet. Was das Living Metal macht, weiß ich irgendwie noch gar nicht gerade. Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Bookshelf nehmen wir auch mal mit. Blaze Rod. So. Okay. Jetzt geht es weiter hier in der Spinnenhölle. Ey, jetzt kommen die schon hier hoch, oder was? Boah, der ist schon hier. Krass. Hier noch mehr von euch. Ihr Scheiß. Ihr Scheiß. Boah. Ihr Scheiß Viecher, ey. Sterb doch mal alle. Ihr könnt alle mal so weit von sterben gehen hier. Auch tot. Schaffe ich da wohl noch vorher, oder? Gut. Du musst auch noch sterben. Okay. Geschafft. Seid ihr? Hexical Essence. Vier Stück. Das ist gut. Haut ab. Au ab, du. Mann. Weißt du, wo kommen die eigentlich alle her hier, eure schäbige Bagage, ey? Kannst auch direkt mal... Oh, ich hasse das so, ne? Noch eine? Noch eine. Ey. Bin ich wieder vergiftet? Das ist so ätzend. Ist da jetzt noch eine? Ne, okay. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich schon mal ziemlich viele weggeholzt. Oh, ich lasse ich hier hochkommen. Na, kommt. Kommt. Na, so ist gut. So kann ich so schön easy going. Der hat ja einen verzauerten Bogen. Oh, noch zwei. Boah. Da bin ich aber so eben noch den Pfeil gedodged, wa? Ich musste aber mal so langsam rein, gleich. Aber erst mal... Oh, 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 oh. Ne, dich töte ich erst noch. Jetzt fresse ich was, damit mein Health Rack auch erhalten bleibt. Und jetzt schlage ich mir mal so ein Fenster rein hier. Okay. Du bist jetzt hier. Deine Freunde, die wollen auch noch fressen, ne? So, du noch. Ma, ey. So, du auch. Und du musst auch sterben. Und die hat mich nochmal gebissen, ey. Das ist so nervtötend. So. Oh, und sterbt, 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 sterbt. Boah. So. Ich mag euch nicht. Verpisst euch. Boah. Das ist so nervenaufreibend hier, ne? Das gibt's gar nicht. Oh, ich kann die goldene Karotte nicht mal mehr mitnehmen. Das ist ja scheiße. Kriege ich hier noch was reingestopft, irgendwas? Das schmeiß ich jetzt weg. Und das schmeiß ich weg. Und das schmeiß ich weg. Und das scheiß Flint schmeiß ich weg. Und den Fishing Rod schmeiß ich weg. Reet Pipes. Was mach ich damit? Hm. Augen schmeiß ich auch mal weg. Annehmen. Weiß ich nicht, was das ist. Das schmeiß ich mal hier alles in den Rucksack rein. Die Brötchen kann ich hier behalten. Die scheiß Pfeile. Poison Stuff. Die kann auch weg. Die Strings. Obwohl die Strings. Ach, scheiß. Jetzt hab ich die ganze Kacke wieder im Inventar, ey. Egal. So. Die goldene Karotte brauche ich nicht. Wer braucht schon eine goldene Karotte? So, du stirbst jetzt erstmal, Kollege, ey. Ich hab jetzt keinen Bock hier. Na, war so klar. Ach, jetzt habt ihr euch entschieden an, auf einmal hier reinzuschneiden, oder was? Ja, du hast richtig gesehen. Ich bin hier oben. Aua. Wie viele Spinnen sind denn hier jetzt noch? Okay. So. Jetzt hab ich mir natürlich hier mein schönes Schutzschild weggemacht. Stirb. So. Du musst weg. Du auch. Du auch. Hier sind bestimmt wieder sauviele, ey. Wenn ich jetzt hier rein springe, dann kommen die bestimmt alle da raus, und dann töten mich, oder? Mach, springen wir noch ins Gesicht dabei. Ekelhafte Viecher, ey. Widerlich. So. Stell mich mal hier hinter. Warte, bis das Skelett noch mehr ist, und dann gibts auch Fresse hart. Guck mal, die stellen sich schon an, um von mir geschlachtet zu werden. Hm? Hier wartet die Ewigkeit, Leute. Oh. Ich will gar nicht da runter. Zu den ganzen Spinnen. Ich will erstmal gucken, was hier so geil ist in der Kiste ist. Oh. Die ganzen Spinnen sind hier oben. Oh, gut. Oh, scheiße. Das ist der Tower-Typ hier von unten, ne? Der Penner. Kommt der von hier? So. Ich töte den jetzt einfach mal. Oh, ne, ne, ne. Ich will seine Explosivdinger nicht abkriegen. Aber der kriegt die Steine gar nicht kaputt. Das ist sehr praktisch für mich. Boah. Schon noch, der schießt jetzt hier rein, der Gamla, ey. Oh, ne. Ich weiß nicht, wie viel Schaden einem so eine scheiß Kugel macht. Habe ich nicht noch hier Lebenselixier oder so? Hm. Könnte ich auch mal ausprobieren, ne? Hier so. Brennt der jetzt, der Typ? Fire Grande? Ach, er macht immer Feuer. So. Ich warte einfach, bis der jetzt hier noch zwei-, dreimal hinkommt. Dann gibt's hart auf Fresse. Aua. Oh, aber ich habe ja Fire Protection irgendwo drauf, ne? Wieso habe ich keine Hose an? Verstehe ich nicht. Und ich brauche Trinklicht hier drin. So. Scheiße, jetzt habe ich hier so viel Kacke drin. Werde ich jetzt überleben? Wenn ich das so mache? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich könnte es ja theoretisch so machen, ne? Jetzt schmeiße ich mir eben hier den ganzen Scheiß weg. So. Und den Dreadstone hier noch. Und jetzt ist hier dann alles tippitoppi. Kann ich ja in Ruhe gucken. So. Hammer Assembly. Brauche ich nicht. Destruction Catalyst. Okay. Okay. Thief Boots. Cool. Kann ich die stacken? Nein. Äh. Ist hier überhaupt noch was drin, was ich gebrauchen könnte? Könnte ich immer hier was. Paper lasse ich hier und nehme lieber die Emeralds mit. Jo. Die Ausbeute, die war doch mal ganz nice, wa? Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oder ist das jetzt wirklich so zu, so? Dann wäre voll assi, so. Ach ja, genau. Hier hätte ich ja gerade so viel liegen lassen noch. So, das schmeißen wir mal weg. Die Pfeile weg. Die scheiß Fishing Rod. Die beiden Steine. Der Bogen. So. Gisal Seeds. Brauche ich nicht. Mystic Seeds. Cool. Dann kann ich mir diese Mystic Shrub anbauen. Wo ich dann immer Emeraldstückchen rauskriege. Cool, ey. Äh. Ja. So. Da war ich ja durchaus erfolgreich. Und ich würde sagen. Jetzt werde ich mich mal nach Hause begeben. Und meine Loot hier. Äh. Schön verstecken. Weil wenn mich jetzt einer abgrabbt, ne? Aber ist zum Glück keine Online. Oh. Hab ich ja nochmal Glück gehabt, wa? Vor der Stege ich mich jetzt abgrabbt. Mit dem ganzen coolen Stuff hier, ey. Muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken, was, äh. Was ich da so alles gekriegt hab, ne? So. Jetzt geh ich erstmal. Da ist mein Boot. Hey. Yay, Boot. Ich freu mich so dich wiederzusehen, alter Kollege. Ich hab so oft in dir gewichst, ey. Okay. Äh. Da irgendwo ist mein Zuhause. Das war ein sehr erfolgreicher Trip, ne? Hab ich gut gemacht, so, ne? So. Hab ich voll abgegriffen. Junge. Und auch 31 Level bekommen. So gefällt mir das. Und da muss ich ein bisschen mehr hin. Schwimm du mal dahin, Kollege. Oh. Und da haben wir wieder das alte Problem mit dem Chunkladen. Oh. Oh, Entschuldigung. Äh. Okay. Jetzt bin ich gleich schon zu Hause. Ich kann ja quasi in meiner Bude, äh, halten. Einfach. Ne? Da drunter. Hat ich mir eigentlich ein Loch in die Wand geschlagen? Ne. Könnte ich eigentlich mal machen. So. Da ist ja schon die schöne Hütte. Oh. Weil da in der Mitte muss weg. Das sieht scheiße aus. Fällt mir grad mal so auf. Okay. Die parken wir gekonnt hier. Uah. Na, tot. Ich hatte mir zu spät überlegt, dass ich noch, äh, bremsen möchte. So. Und jetzt gehen wir erstmal hier hoch und schmeißen alles in die Kisten rein. Und begutachten mal, was wir so gekriegt haben. So. Die Emeralds können weg. Die Emerald Shards kann ich direkt mal umwandeln. Ne. Noch nicht so richtig. Destruction Catalyst. Kann man für nix benutzen? Scale Leggings. Hexical Diamond. Jetzt könnte ich eigentlich mal gucken. Die Thief Boots habe ich. Die Thief Chestplate. Zwei. Drei. Wie viel Hexical Essence habe ich denn mitgenommen? Jetzt wird's spannend. Wo habe ich sie? Da. Neun. Aber noch andere. Hexical Diamond. Da brauche ich nämlich vier Stück von. Also zwei Sachen kann ich mir machen. Da werde ich mir nämlich die machen. Die hat Night Vision. Dazu brauche ich aber erstmal rote Wolle. Und ich glaube, ich werde mir... Ja, die Russi machen. Ne, die Russi nicht, aber die Hose. Weil Russi habe ich ja noch. Hier ein schnickes Teil. Protection 1. Ne, ich finde die auch ganz dufte. Das kann weg. Äh. Das kann weg. So. Das hier kann mal alles abgezogen werden. Das ist so scheiße. Packe ich erstmal hier meine Errungenschaften dran. Äh. Äh. So. Hier machen wir die Thief Boots rein. Meteorit Boots. Hatte ich die nicht an... Ach ja, ich habe ja die reingetan. Dann kann ich die auch mit hier reintun. So. Ich glaube, hier packe ich mal die ganzen Rüstungen. Rüstungskram rein. Rüstung. 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 Passt nichts mehr. Toll, ey. Muss ich jetzt wieder aussortieren hier. Äh. Currently holds nothing. Kann ich ja was rein tun, was? Ach. Sorgt das vielleicht Sachen auf, wenn ich die jetzt hinwerfe? Ach. Hm. Okay. Weiß ich noch nicht, was das ist. Packe ich mal in die Weiß ich noch nicht Kiste. Oder in die magische Items Kiste, womit ich noch nicht weiß, was ich damit anfangen kann. So. Was kann man denn mit dem Kreuz? Äh. That's heavy. That my friend is because it's so full of mercy. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Muss ich mir alles mal angucken. Sojourner Staff. Consumes torches. Can't place them along distances. Toll, ey. Scheiß Teil. Äh. So. Lol. Soul Reap hab ich gekriegt. Würde ich ja gerne mal wissen, wieviel Schaden die macht. Macht die viel Schaden? So ne. So ne Sichel. Hoffentlich, ne? Hoffentlich. War hier jemand drin? War die Tür offenbar? Naja. Ich mach erst. Ich mach erst mal. Oder Unbreaking. Unbreaking. Und Soul Feather. Wo ist es? Soul Steal. Soul Stealer. Looting. Soul Tether. So. Kostet 5. Dann mach ich hier noch schabnisvolle Lutsche drauf. Und Unbreaking. Kann ich noch machen. Magnetization. Blood. Soul Afterlife. Bloodletting. Okay. 31 kostet das. Unbreaking 3. Dann mach ich mir jetzt mal voll. Die Porno. Hacke ey. Was macht denn Soul wohl? Hm. Okay. Blood geht auch nicht. Naja. Mach ich erst mal so. Und jetzt teste ich die mal. Annemuch. Chocobo da hinten. Nein. Ich bin gegen Tierversuche. Sowas mach ich nicht. Äh. Aber ich werd erst mal weiter aussortieren hier. Hab ich denn hier noch. Bücherregale können da rein. Zack. Chocopedia auch. Hier der Kacke. Noch so ein Scheiß-Ding. Äh. Magical Essence. Habe ich jetzt auch schon acht Stück. Die scheiß unnamed Dinger. Bottle of Enchanting. Die könnte ich mir eigentlich alle mal auf den Boden werfen hier. So. Hab ich noch ein paar Level. 18. Was könnte ich mir mal machen. Ach die haben beide Soul Tether. Okay. Der nicht. Die beiden schon. Dann werd ich den mal hier lassen. Weil zwei Stück reichen auch. So Hardcore Spam. Muss ich dir jetzt zum Glück nicht. Äh. Der Ice Staff. Der Dark Staff. Was haben wir denn hier noch. Was sind Diamanten. Hier. Dias. 35 Dias. Ähm. Ach ja. Und jetzt kommt er gleich noch. Das scheiß. Mäh. 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 Das scheiß Backpack. Ich hab grad keinen Bock das auszupacken. Destroys mundane. Vanilla Blocks only. Blows up at three point. 3 x 3 x 3 cube. Behind target cube. Hm. Kann man den Unbreaking machen. Das wär nice. Ne. Leider nicht. Ich probier das mal hier aus. Pfff. Ne. Das mach ich sicher nicht. nicht. Ich werd das jetzt auch mal kurz im Keller ausprobieren. Was das kann. Das Ding. So. Hab ich es jetzt benutzt? Hm. Komisch. Versteh ich nicht das Ding. Naja. Ich muss mir gleich auch oben unbedingt noch ne Eisentür machen. Damit keiner einfach hier reinlaufen kann. Zwei Eisentüren am besten. So. Das wollte ich ja noch eben umsortieren hier. Die scheiß Iron Plate Scale Leggings. Brauch ich eh niemals im Leben wahrscheinlich. Ja die hat ein Fire Protection 2. Hm. Hm. Was ist besser für mich? Stellt sich da natürlich die Frage. Naja. Ähm. Fire Protection hab ich da nicht sogar irgendwo drauf. Protection 2. Protection 1. Glaube. Die Iron Lanes. Könnt ich da mal hier tauschen. Ey. Hm. Hm. Habe ich was cooles noch? Protection 2. Und die machen nur Protection 1. Aber da war doch irgendwas mit. Die explodiert doch wenn man stirbt oder so. Ne. War da nicht irgendwie sowas mit? Naja. Drauf geschissen ey. Die Rüssi die ich im Moment hab. Die macht ja so erstmal ganz gut Schaden. So. Ihr gehört nicht hier rein. Ihr gehört hier rein. So. Kann man dieses Sortieren ey. Ich würd jetzt so ihren Offscreen machen. Aber leider geht das nicht. Mystic Seed. Könnt ich mir auch mal eben im. Gar. In der. In der Laube. Äh. Da mal so. Da anpflanzen. Mach ich mal schnell. Ich hoffe das geht überall. Jetzt hier direkt Türen machen können. So. Hier mach ich mal ein Mystic Shrub Feld hin. Hier so. Obwohl. Ne. Hier. Ist da ein Dach drüber? Ne. Ah cool. Das macht direkt so ein ganzes Feld. Heftig. Oh. Da wächst nix. Das ist ja geil. Los. Gebt mir ein paar Emeralds. Die wachsen da drin. Verstehe ich da auch nicht. Naja. Auf jeden Fall hab ich hier ein nices Feld. Nicht? Sondern jetzt hier gewachsen. Ne. Ich dachte schon. Ähm. Eigentlich kann ich die Lücke hier auch zumachen. Und das hier brauch ich nicht. So. Dann machen wir mal hier hin. Zu. So. Äh. Und leider ist die Folge zu Ende. Ich hab überzogen glaube ich. Aber ich glaube es passt noch. Ja. Also. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Gebt mir einen Daumen hoch. Und ich sag einfach mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.